Die stetige Erschließung neuer Märkte, steigender Kostendruck und zunehmend komplexere Regulatorik stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Weitere Faktoren wie veränderte Kommunikation und fortschreitende Digitalisierung erfordern auch die Neuausrichtung der Rechtsfunktion im Unternehmen. Um trotz gesteigerter Anforderungen und knappen personellen Ressourcen eine gleichbleibend hohe Qualität zu garantieren, ist es nötig, seine Prozesse effizient und effektiv zu gestalten. Dies erfordert für die Rechtsabteilung die stringente Definition eines eigenen Prozessrahmens, innerhalb dessen Standardisierungs- und Optimierungsmöglichkeiten erst erkannt und dann umgesetzt werden. So wird nicht nur Qualität und Geschwindigkeit der Rechtsabteilung verbessert, sondern gleichzeitig werden optimierte Steuerungseffekte außerhalb der Rechtsabteilung erzielt. Legal Tech hilft der Rechtsabteilung dabei, diesen Anforderungen gerecht zu werden, indem vordefinierte Prozesse und Aufgaben im Unternehmen automatisiert werden. Die gezielte, an Risiken und Wirtschaftlichkeit orientierte Implementierung intelligenter IT-Anwendungen führt zu einer deutlichen Entlastung der Rechtsabteilung. Unternehmen gewinnen Zeit, sparen Ressourcen und können sich auf komplexe Fragestellungen konzentrieren. In Zusammenarbeit mit hochspezialisierten Prozessexperten, Datenanalysten und IT-Experten der KPMG AG helfen wir ihnen bei der Implementierung einer effektiven Digitalisierungsstrategie in ihrer Rechtsfunktion. Hierzu gehören Unterstützung bei der Entwicklung einer Innovationsstrategie für ihre Rechtsabteilung, Optimierung des Betriebsmodells der Rechtsabteilung, Datenanalysen zur Aufbereitung und Bearbeitung rechtlicher Sachverhalte, Nutzung von Assessments und Benchmarks im Rahmen der Rechtsabteilungsarbeit, professionelles Projektmanagement von rechtlichen Projekten, Managed Services, zum Beispiel durch ganzheitliche Übernahme des digitalen Richtlinienmanagements, Beteiligungs- oder Vertragserstellungsmanagement. Mit unserem multidisziplinären Beratungsansatz, bei dem wir juristische, prozessuale und technische Beratung verbinden, begleiten wir sie gern als kompetenter Ansprechpartner auf dem Weg, ihre Rechtsfunktion zukunftsorientiert und wettbewerbsfähig aufzustellen. Durch den Fortschritt der Technik werden immer häufiger einzelne, bisher analog durchgeführte Tätigkeiten, durch digitale Lösungen effizienter gestaltet. Dazu gehören zum Beispiel Bereiche wie die digitale Dokumentenerstellung, Reportings und das Management rechtlich geprägter Projekte und Prozesse. Gut geeignet für digitale Lösungen sind hierbei zum Beispiel Legal Monitoring, Global Entity Management, digitales Richtlinienmanagement, digital unterstützte Verteidigung von Massenklagen. Mit diesen maßgeschneiderten digitalen Lösungen kombiniert KPMG Law in einem multidisziplinären Beratungsansatz juristische und technologische Expertise. Auf diese Weise können wir sie auf ihrem Weg zu einer effizienten und technologisch unterstützten Rechtsberatung begleiten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!